bei mir die Tür zu tun als sich der Schilder und kleine Bruder aufspieler Warte 2 3 erwerbte es ist auch 3 für den Radbuehl wenn spielen das noch ein Medikor zu tun erst und guter Rennen wurde Koks wer hat das bereit geklickt ich die Körner Boxstatt Strategie ausbilden Boxen Stopp Strategie Boxen Stopp Mauer sein die Firingwahrscheinlichkeit würde ich viel Glück in die erste Idee in einer neuen Form ein Saison der Gewinner und der Gewinne der Sonnkunde die Holof auch die Hälfte bis 8 das alles gut da morgen wo ich mal einen Köln auch so viel hatte ich hoffe es ist nicht kraft zu der ersten drei der ersten Kurve ich hoffe und durch das andere Berndt Reutbauer hat ja eher der Hände wir haben sich ein bisschen auf zwei Kälte zu drücken ich will jetzt so also jungs ich würde sagen die saison startet es gleich ich habe nur ein schlechtes starten alles klar ich habe eine strafe alles klar offroad nein wir bremst alles gut wer ist dritte jetzt wenn die Mann zu gewinnen das war nur automatisch nee Daniel wenn sie ihn ver und achten verbrämmungsvolle gesehen wie der Anbieter das ist ja ich habe es ja wir haben gleich zu spüren wir haben A wir haben was scheiße aber ich habe erklärt Strafe ja genau das Sonntag er wusste an den in den weil er das nicht verheiratet Louis wirst du geflogen hat mich dabei weggehauen aber jetzt die Vorstellung der 10 Sekunden probierst du es der Reifen blockiert Prozent 3 das war auch nicht ich bin ein Video den ganzen Schalte auf das muss so reden aber verbräuchte Reifen blöcke Mehr kann ich auch nicht Hast du einen Schaden, Daniel? Nein So Leute, ich bin vierter Ja, genau Wo sind hier eigentlich die ADHS? Ah, hat sie lang gerade ein Stratil gerade Holy shit Scheiße, ich karte die Kurve jedes Mal DRS wird in dieser Runde aktiviert Super Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du maximal eine Sekunde hinter deinem Fördermann bist Ja, was? Alter, Frontflügel kaputt Dein Frontflügel ist leicht beschädigt Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben Du hast fünf Sekunden Vorsprung nach Schumacher Du hast fünf Sekunden Vorsprung nach Schumacher Ne, na? Oh, f*** dich! Projean, du Alter, was für ein Spasti Projean hat mich gedreht Schalt von Sosa, Alter F*** Uhmm Du hast ja gar nicht gekürt, wie nah kommst du da hin? Wolle wie schulter kommt es so runter? Jaaah, ich bin schnell Wolle wie schulter kommt es so runter? Habt ihr DHS? Auf Schmacher! Alter ey! Stimm, denn im Spiel gibt es ja nur eine TH-Zone! Also Starlink-Sieg ist kein DHS, oder? Nein! Alter, ich fühlte sich ein Scheiß-Tuch vorbei, ich probiere es jetzt! In der Kurve! Nein, dann fertig überholt man eigentlich nicht! Ja, okay! Das ist mega schwer, ey! Nein, eigentlich nicht! Doch! Ein 30! Ey! Ey, aber auf Profi fertig... Ja, ne, war ja! Auf Profi sicher eh viel Akkurs, oder? Warum hast du mich gedreht? Du hast dich selbst gedreht! Du bist von mir gefahren! Nein! Doch! Ey, Daniel, sieht man, dass du deine Aufnahme... Ja! Ja! Hab ich mich gedreht, oder hat er mich gedreht? Ich hab keine Ahnung! Alter! Ich wusste nur, als ich erwarte, wo... Du... Grafen mal 2 für was denn? Ich hab nichts gemacht! Ich bin sogar noch den Blauer vor mir in die Karre gefahren! Du hast die Staaten! Klasse, Alter! Hast du die Staaten reduziert, oder? Ja, klar, was reduziert! Ja, klar, was reduziert! Äh, Zen! Das war nicht... Ah, nee, das ist doch der. Nimmst du auf! Gedreht, geil! Oder fast gedreht! Alter! Was? Verpillt sich doch Hülkenberg, Alter. Kann sein, dass auf Probe die KI viel accessiver fährt? Ja, klar. Nee, die KI bremst halt nicht so dumm früh. Nein, die fährt, glaube ich, auch viel accessiver, Alter. Ja, klar. Ich will die überholen. Auf Fortgeschritten würde der Abgang nicht vorbeilassen. Nein, hier fährt nochmal vorne gerade nicht rein. Und dann weiter. Okay. Und dann so lange hier drauf. Das war eigentlich mal eine freie Runde gehabt Aber hier kann man so welche Zeit nun rennen fahren, alles verstehe ich nicht Bin nochmal schnell in Sektor 1 Also erst dahin gemein ich 4 Sekunden, trenn dich unter dem Hintermarsch 4 Sekunden Wenn wir mit den Schlipport 4 an sich die A4 Ganz schön 4 Sekunden 4 Sekunden 5 Sekunden 1 3 1 1 1 Entschuldigung Jonas. Jonas habe ich perfekt gesehen, ich habe es aufgenommen. Sorry. Was? Daniel, hast du Zeit schaufen? Nein. Scheiße. Wer ist noch im anderen Rory? Was? Wer ist noch im anderen Ferrari? Ich. Welcher Platz bist du? Dritter. Was? Ich habe aber zwei Zeit starten. Ja, aber das ist nicht so meins. Hey, warte! Wie soll die Scheiße? Bleib doch nicht. Ja, egal. Danke, weil wir jetzt mal ganz auf die Front gehen müssen. Einmal, weil ich dich fast angedreht habe und einmal mit Jonas. Ja, die fällt echt fest jetzt. Da vorne ist eine Überrundung. Daniel, wie schnell deine Reifen aus? Nein, wie schnell. Zu schnell. Bei mir auch. Sie muss irgendwie zuerst da vorne auf uns. Ja, ich muss auch zwei Zeit fahren. Ja, ich muss auch zwei Zeit fahren. Komisch. Was für eine Kettegraf? Zubasoft. 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 Und du festzuhst, das ist mir echt klar. Alter, sind die Lobby-Lock nicht gleich. Das sollte mir bewusst sein, ne? Nein, die Lobby-Lock nicht gleich. Ne, die Lobby-Lock nicht gleich. Das liegt vielleicht gar nicht. Das liegt vielleicht gar nicht. Das liegt vielleicht hier an dir. Keine Leck, das liegt. Kleine. Ich hab keine Leck. Ja, passt ja. Ja, aber die Autos. Also bei mir Teleposts sind nicht die. Ist hart. Alter, aber ja schon mal. Ich hab dann auch lieber keinen Freund für den Schaden. Ich hab auch einen Freund für den Schaden. Wenn die von der Kulisse mit Daniel. nicht, um einen Kulisse an mit dem Mohr. Mal auf Champions. Du bist ja einer. Daniel auch. Ale auch. Pally. Ne, Pally 그냥 noch nicht. oh, das war wieder die Wolofstrecke. Geste slu. Der Fahrer hinter dir kehrt mit Standart-Intervator. Hintermann mit Standart-Intervator. Wild in Streum- und Hervorl. Köln und auch die Akreiber der Welt und mir hat doch Margot mein Mann für die Wegstecken und das war auch so bei ihm hinter weil wir die zwei Köpfe der Wolke mit Daniel gedreht habe ich mich verbremst dann ausweichen wieder mal kurz aus das gibt es S und Schuss der Reichen des Letzter da muss auch die Runde Box wenn die Sitzung ist hat es tut gar nichts sie soll sich auf aus dem Gießen sagt es ist die ich habe gerade mal ich meine sie reißen aber ich habe es nicht die gleiche Strategie die ich versuche die und die Reise und auch fünf und fünf so ist er nicht Daniel ist kein Frontflügel wechseln ich habe jetzt schon verloren das ist nah genug dran macht es ja nicht die 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 Welt auch in die Box sicher die die jetzt jetzt Er hat eine Schaffsform oder Nein er muss warten ich glaube es wird und der Festjahr über dem nicht die Führung glaube ich oder Schutz das ist und wieder an der Seite das ist für mich blöd Marky geht jetzt auch an die Box okay Marky geht jetzt auch an die Box haben noch vorbeigelassen haben noch vorbeigelassen er um okay dabei die Kurve vorwollt ist kein Tier ist worden in den neuen im Spiel so damals der Staat sich übernicht ich will mich nicht in euch verwickeln, weil ich weiß, ich kann euch nicht holen. Naja, mich vielleicht. Ich hab zwei Teile schon. Ja, ich hab aber trotzdem einen, wenn ich ihn langsam was da handel. Ja, okay. Du musst ihn überholen, du musst ihn überholen. Ich muss ihn überholen, wie wir bekommen mitgeteilt. Aha. Der La Rosa, alter, der Hacker bei mir nach hinten geleckt. Ich hätte keine Leck. Als ob er erst bekommen, ich versuch's klar. Hey, wie hat er bitte schönes DS? Ja, wen? Nein. 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 Das ist immer noch ein bisschen mein Problem. Häh, fährst du ohne Arbees? Nein. 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 Nein, nein. Nein. und sich zu schnell kürz ab ja klar und gleich ist auch die genügend Das hab ich eh verloren. Erstens Red Bull, zweitens gerade. Drittens Deinhalb der ja ist. Ähm, der Red Bull ist gar nicht so langsam auf der gerade. Joah, geil! Boah! Hey. Hey, let me no space, let me no space. This is ridiculous. Oh, grüße, ja takkosän. Die haben seit jetzt gefahren 12 mit denen, oder? Das war's. Nee, 10. Aber plus Quali, was ist mit Poli los? Ja, hab ich wieder gerecht. Ja, die schon. Ich hab mich kurz davor getruscht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in die Boxen soll. Ich hab keinen Frontvögel. Soll ich weiterfahren oder in die Box fahren? Du hast keinen Frontvögel. Dann musst du in die Boxen. Oder ist das untere Teil dran. Aber der ist gut. Ja, muss Daniel fragen. Das ist Absicht. Alter, was battlen sich grad Petrov und Raikön im Blue Flag, please? Okay, Raikön macht's richtig. Ja. Nein, ich hab's nicht mit. Ich sag ja, das hat angefangen als Kloppmaster den sauber getreten hat. Nur welchen? Den echten oder den Unwächten? Ja, den Unwass.de. Der ist dann gegen mich geknallt und dann hat den Frontvögel. Aber habt ihr Aufnahme? Ja, natürlich. Ja, ich hab ein ähnliches. Ja, da kommt der Investerbox raus, geil. Du hast die Chance noch einen Platz rausgeholt. Benzin-Gemisch 3. Benzin-Gemisch 3. Benzin-Gemisch 3. Okay, we need, we need this. Come on. Wow. Ahhhh. Das ist wieder gedreht. Ist doch nicht wahr. Das ist wieder gedreht. Ach, Polly. Ich bin 19, weil ich mich grad gedreht hab und Frontvögel verloren hab dabei. Ja. Und wieder Frontvögel abgehalten. Das klingt echt lachen. Nicht mal ein Rennen. Aber der ist jetzt nur geil. Du kannst dich wieder mal vorbeuten. Ja, mal vor. Aber ich muss halt nochmal stoppen, ne? Ja. Ja. Soll ich auf beiden Rappen unterwegs bin. Ja, okay. Jaaaa. Jaaaa. Okay. Komm an die Box, komm an die Box, komm an die Box. Sehr gut. Diese Käse, ein Track ist sehr gut. Gefällt mir. Daniel, ich hab jetzt keine Temporunternehmen. Nää. Ich möchte von Sand Track damit damit nicht falsch sein. Nein, keine Intermediate jetzt! Die ziemlich die Akku, sehr dankhaft. Strafe mal zwei für was denn? Für was denn? Gefährliches Fahren gehen. Na, wenn ich hier die Box vor. Ja, genau. Ja, kannst du vergessen. Du hast ja von der Startziel zu rückfressen die Box. Ja, da kann mir keine Sau. Ja, trotzdem. Gefährlich. Was bist du einfach rückwärts gefahren? Nee, schon vorwärts, aber feuchere Richtung. Ja, okay. Und ich hab gerade mal eins. Sand ist weg jetzt von dir. Na, das ist gut. Jetzt weiter. Ich hab mal eins. Ich hab äh, zwei Leute rauskommen. Ich hab mit ihnen das nicht übelst. Ich hab zwei Sekunden. Also ich bleib noch echt hässlich, Alter. Der Glocki hat mich riesig. Boah, das kann nicht sein. Ja, aber nicht so extrem wie in 2.17. Würde ich sagen. Was für 3.17? Boah, ich mach ne 1 Start. Ich fahr ne 1 Start. Ich fahr ne 1 Start. Ich hätte auch 1 Stop Easy gehabt, aber... Nein, nicht mehr. Ich fahr immer noch meine Zeit. 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 Warum steht hier so viel aus? Ey, wo stehen viele Autos? Ja, ich komm vor 4. Kurve 3. Ach du Scheiße, das ist ja bald. Geilbe Flaggen in Sektor 1 wird mir mitgeteilt. Da stehen sehr viele Autos, wird mir mitgeteilt. Grüne Flaggen jetzt in Sektor 1. Grüne Flaggen. Was macht ihr? Ja. Danke. Ja. Oh, danke, Daniel. Grosso, wir warfingen hier richtig langsam. Und ich hab noch DHS bekommen. Er hat aber auch DHS, glaube ich, oder? Nein, hat er nicht. Mein Gott. Ist da wohl vorne gerade in den Ufer passiert, oder wie? Da fahr ich mich rein. Boah, jetzt muss ich erstmal deinen Teamkollegen holen. Ah, ich sag extra fast. Ja, ich bin hier nicht reingefahren, oder? Du hast mich gerührt. Ah, egal. Was geht denn da? Ich will mitmachen. Aber deswegen hab ich Grosso auch verloren. Ja, schön, danke, Daniel. Seidig, weil wir auf Champions League sind, irgendwie. Aber was bekommst du auch so früh, Daniel? Du hast nicht mal DHS, Alter. Bitte? Du hast nicht mal DHS auch zu früh, oder? Ja, ich will vernünftigen Kurvenstreak. Also nachdem fahr ich mit niedrigen Flügel. So ein Pool, den muss ich heute holen. Wer ist dritter? Okay, nee, also KI will dich holen. Danke. Ich habe es gerade schon heimlich von meiner Nase hier. Das ist gut, weil die Kampenbote, die Kampenbote, die Kampenbote, die Kampenbote, die Kampenbote, die Kampenbote. Nee, denn so auf sich auf solche Gemeinschaft. Auf Soft-Use. Deine kleine Kampfansorgung haben zu zu machen. Gloriegie wo ist es auf Ort? Können uns mehr. Wir machen. Hemmel. Ja, ich sorge. Ich verstehe nicht. so rechtlich ist egal auf der geraden 80 ja und jetzt Hamilton komm geh weg du Hammelfleisch kann ich nicht leiden doch in dem Jahr konnte ich nicht leiden also Jonas macht keine Scheiße ich bin direkt hinter dir ich habe keine Scheiße Joachim was schafft ihr davon Alter nein alter was ist denn los ich hab mir sogar noch einen Stupf mitgegeben so Lorenz noch 2-3 Plätze lassen wir den Punkten bitte raum mich nicht boah das war aber ganz krass sein Tempo ist gut ich muss noch mal in die Box und ich sage mal ich sage mal da ist er war ein Kammer 3 Sieg keine 13 Runden mit softform ja aber trotzdem 13 Runden mit soft geht doch sogar ein Schumacher keine Chance auf Glocki bleibt nicht mehr aber er wurde verletzt es ist etwas naja aber trotzdem er hofft er hoffentlich ist es ist eine Strafe wobei meine Erbungen haben auch nur 10 Sekunden ich habe auch mal eine bekommen wegen dem Saubermanöver so schön war die Mausen ich leid mich noch nicht zweifelte Alter geht aus dem Weg ihr Volkdämpner ich bin erst 300% los oh, schon mal reward ich glaube Petrov ist es ja, Petrov macht Platz Alter, I'm moving on a break Alter, jetzt geh mir von der Nase weg überrunden ist schlimm überrunden ist schlimm hier oder ich mache einen Unfall und dann sind wir auch nicht ja, gell ja, wieder gedreht, ich glaube es nicht so, ich glaube, ich schadet uns 15 Runden mit dem Superstar Jonathan, ich habe aber 7, 8 Sekunden auf, das ist echt so, hemmel hat kein Frontführer, weil er in die Karre gefahren ist ernsthaft man denkt, das ist optimal, muss ich schon abkommen bei der Team ist mehr in die Karre gefahren das hat schon noch ja, toll wie das geht so, hemmel muss eine Kommission mit ohne Frontführung fahren, weil wir voll rein in der Woche auf Champions was ja, ich kann nicht was ja, ich kann nicht Alter, die Tür offen ich hau jetzt von meiner Frisse auf ich hab jetzt meine Schatz Tür auf, Alter ja wow so, in der Halmstunde geht er dann von 1 los, ne Unfall in Sektor 3 ja, ja wer ist weg Jonas ist wieder weg ok ich glaube, das bist sogar du, konntest sein so, der La Rosa geht mir von der Nase weg, so also Dritter, ne, also Dritter ist das einzige irriale Ziel jetzt noch darf nicht wahr sein naja mir liegt man auch nicht so, aber das kann ich auch Leute, ah, schon, da liegt der Lieder noch in Front ihr nicht so warm, ne da fahren so viele Autos rum in Kurve 2,3 nicht, 3 ok Schumacher ist vorn, ok das ist ja gut das ist das ein für Red Bull das ist das beste von allen Teams 4 und 5 t man rollt wahrscheinlich sauber mehr Punkte warum, wie viel das saubererster und 1 aus ja, guter, kannst er rechnen, 12,42 und vorliegern, die Menschen dann sind 15 plus ja, guter, 2,0,5 gleich welches Team ist dann vorne das soll besser als das auch nach vorne ja Punkte gleich aber ich glaube es wird werden zwischen die Lockheed-Armier aber ich darf nicht unterschätzen Paul darf ich nicht unterschätzen und schon mit Länkern ja du kannst nicht schüllen es ist so und feiert Timo Tüte Exer für eine Junior Liga hier ist lausende und die Wuppe gewonnen haben aus der Kursa Sperren die die Wünsche ich habe gleich der Minuswahl ein wo er immer der Box und wieder ein Konzert wird gibt es doch nicht ein paar Wörter um ein Länkern das geht nach Feuer auch es sei nie was weiß was davon abgeht er vor dem Fortschritt das ist das ist jetzt schräg da vorne das war die Schumacher der Freizeit auf die Überrundungen Blufleck 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 5.7 von mir auf Soft im Prinzip ja auf Soft das kann die Tür zu machen und die hat es dann raus ne während des Forts macht er die Tür zu da bin ich mir nicht vorhin im Train dabei jetzt äh der ist gerade jetzt hä? wo bist du denn jetzt? ich? äh wohl auf Champions ja da musst du hinter mir jetzt habe ich mich reikündeten überrunden lassen also andersrum bin jetzt in der ersten Kurve hinter Schumacher oder hat er gedreht? der Aulo Katikajan hat den irgendwie gedreht der stand dann in der ersten Kurve verkehrt rum ja ultra spannendes Rennen hier echt das ist für die 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 oxen ne das war ein Blufleck Blufleck ich bin 불� der schwarzer der der Prozent um Worte von der Praxis jetzt ist sie das sich die Erfolge auch was war da er ein Blut Blut weg und er ist wieder zu sehen vorgelegt dieses Wort an die Kritik in der Fläche das der jetzt ist sicher schaden ist warum ist es auch zu es ja nur schattet euch einfach und das ist vorbei ja 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 die scharfen sich die jahres damit ich bin außen und ich möchte es vorbei ja ja ich habe ich habe ich habe als lange müsste das lassen ja jetzt fahr vorbei ja wie naja ich muss kurz abdrehen oder sowas ey Alter über eine Runde Zeit verloren jetzt so nach wie der Platz bist du 14 zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 10 Sekunden meine Güte ey das hätte man sich sparen können musst du auch mal eine Platte kriegen ja aber sobald bei der Flagge ist muss egal wer es ist sobald da muss auch mal ein die Glocke ist 13 in dem Arascha 3 ich hab schon damit ist mein als Schumacher werden sie das ist ich soll es also die Box kommen herzlichen sie werden soll die Box Glocki muss noch können es ist sein das ist gut der Akkel weißt du nicht nicht und und jetzt glaube ich habe aber ein Blut bereiten wir auf den 10 Sekunden 3 der Glocki kommt jetzt sie und von der Boxen was ist Boxklogie muss man noch mal Box wahrscheinlich und du ja du wenn sich die Schöße der Kostner Danke fürs Vorbeilassen. Kein Problem. Und was fährst du, Controller? Ich fährst ja alle Controller außer Poly und du und dich. Ja, aber eigentlich fährst du. Und wie ist es so? Ja. Boah, ich finde auch, ich fühle mich richtig daheim irgendwie. So richtig informiert. Ich fühle mich gerade. Es macht trotzdem mehr Spaß mit dem Sexten. Ja, das stimmt aber auch. Mir macht auch viel mehr Spaß. Trotz dieses nicht so toll erhofften 1. oder 2. Platzes. Also was, Max, 12 März, was am Sexten, oder was? Nee, der ist hier. Alles klar, dann ist Supersoft. Ja. Ja. Ja gut, ich habe hier... Oh, was passiert? Mann. U laps. Aber und so ist eine Verstaunen, die durch ja, ich muss unter 10 Sekunden kommen, dann hab ich ihn noch. Mit Economics . Achtunten, alt auf Sub der Schnitt. Achtunten, schon alles klar. Zu neun. Die war, aber auch tatsächlich gut getroffen. was in ein Gott gedreht in Ferrari Glocki bist du das? aber was? und das ist vorbei lassen? Lorenz musst du die Box also... nein... ich versuch durchzufahren weil ich sonst keine Chance mehr auf Punkte habe ich hoffe jetzt halt noch dass wie noch irgendwie zwei Leute aus den Top 10 in die Box fährt außer Daniel oder so halt irgendwie gesagt Bernd in die Box fährt oder so wobei meine Reifen auch nicht mehr die Besten sind als sie das eigentlich durchhalten das Problem ist, ich habe auch kein Benzinoptimal von daher kann ich auch nicht richtig hart aufs Fett pysen und ich habe 4,5 Sekunden in der Zeit die ich aufhören habe 14 14 14 für was das? du hast wieder richtig gut teil auf mich gewonnen weil ich halt zwei vorbeilaufen musste und hier liegt es an Frontflügel auf dem Staub beziehen jetzt warte kurz mich dreht's bei der Schikane und da fährt... bin ich unsichtbar fährt wer in dich rein? ey, ich glaube... ich glaube Werner hat immer gemacht weil ich habe immer viel... Werner hat ab einmal... ich stehe jetzt und dann ist Werner in mir reingefahren hab ich gesehen ich hab' die Stapel nicht mehr abziehen lassen ich hab' die Stapel nicht mehr abziehen lassen ja, das ist ein Quotret nicht wahr, was? oh man, ist uns doch noch vorbei hast du die Stapel nicht mehr abziehen lassen? na, hast du eine Aufnahme? nee du kannst wenn wir mal den Umfang genauer beschreiben kannst also jetzt nicht, sondern nach dem Rennen ich kann den genau beschreiben nicht genau beschreiben nicht genau beschreiben ja, Alter, Alter, Alter meine Besteszeit ist seit 80 meines auch, 1,8,1 ja, 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 da laugen viele Trümmerteile ich musste da voll gerade drüber düsen 1 hab' ich sie gar noch weg schon von den Strecken das war so ein Torosfrontflügelteil ja, du hast mich ich hab' keinen Fall zu tun ich hab' keinen Fall zu tun nix mehr okay, ja, der liegt da auch ich weiß das haben die Berlin schon wieder geborgen perfekt ja, ja, schön, Herr Bernd hier, super der Wagen hinter dir ist jetzt auf den weicheren Reifen unterwegs jetzt nach einem Kürzeren ich will die einen Strafen alles abnehmen sonst hab' ich 30 Sekunden ja, äh chill bass sind noch immer in 5 Minuten auch wie würdest du nicht strafbar aus? ja, durch mich zum Ergebnis ich hab' ja, ich hab' das schon meine Methoden das gibt ja es gibt ja gibt ja ne, äh, Spiel, ähm wie heißt's, äh, Spiel unabhängige Wertungen da konnte ich jetzt das Lügeleitung ja, weil der Sohn war keine Aufrahmen, hat er noch gekrackt oh, sorry ach gut das wollte eigentlich nur zur Seite fahren hey, warum wolltest du zur Seite fahren? das ist nicht dumm ich hab' überrundet deswegen weil es macht so viel Bock was Vordermann an Reifenschaden Daniel was? was? das Reifenschaden äh, fliegt gerade aber sonst er wie fliegt das ist wirklich schnell scheiße mir wurde ja gesagt, dann vordermacher ein Pumtschir quasi auf Englisch gesagt Reifenschaden beim Vordermann das wurde mir gar nicht getrunken verbraucht aber kein Reifenschaden leu naja, siehme, vielleicht hat er auch die Überrundunggeforgung gemeint ich bleib's früh ich bleib's früh ich bleib's früh meine Reifen ist mir auch knapp Glocki Glocki, wie vielf Sekunden hinter mir? 8,5 na gut ich muss es ums Überleben kämpfen die Kurve ist auch scheiße, ne? Ey Vater, du kommst jetzt einmal Pizza bestellen so, ich war bei Olsen jetzt gerade auf Mara unterwegs also ich kann jetzt wieder voll pushen 7 Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto 7 Sekunden so auf ich glaube wie viel 13 Runden alten Softball 17 0 gefahren 5 00 4 zu 7 ja gut ich glaube es ist so ist es so ist es so ab und abend 2 Sekunden schneller als ich. Aber mit Super Soft, oder? Ja. Ja. Ja, ich hatte Soft. Jonas, du bist du und du kannst von der Bild vielleicht verschwunden. Anni, du wachst noch vor mir. Ja, ich bin 13. Jo, jo. Ich bekomme auch nicht zwei noch vor mir. Ja, ist schön fett anschalten, ne Glocki. Meine Reims ist in den Orsstum. Ich glaube, ich bin, komm, noch ein Pumtsch. Kann man nicht wieder auf ein Pumtsch bekommen? Natürlich. Ja. Ich habe mich noch nie einen durchfahren, sondern nur mit dem Unfall. Und dann bin ich schon. Ich bin schon wieder. Ich bin noch nicht. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder geblieben. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder geblieben. Ja, ich bin schon wieder geblieben. Ich bin schon wieder geblieben. Ich fahr, ich fahr Ja? Kalkulativ Ja, wie du fährst, du warst hier, ne? Muss Benzin sparen Wenn da auch verliert Das ist doch nicht nochmal Halt rein, bis wir was den Rojan machen Ja, das war's Wenn ich das in zwei Raum schaffe, ne? Brauch Punkte Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst Jo, shit Suck Sack, sie hat Reifen kaputt War gut Na, Fink-Box ist Lab-Box-Lab Na, Fink-Box ist Lab-Box-Lab Was platten? Wenn er sagt, Box ist Lab und noch Verdammt platten Nee, ich hab' kein Blatt, aber die sind tot Alter, du hast immer frei rum Ja, du, das war doch mal bei unserer Kurve auch in Red Bulls Da hab' ich wieder in Brasilien auch getreten mit meinem ersten Stinzu Hier die Kurve Da war' ich genauso Und lieber jetzt hier noch an Schmore die Zeit rausfahren Anstatt jetzt hier auch gegen dich zu kämpfen, dann mich noch mehr zu drehen Und, Daniel, bist du da hinter mir? Ja Es darf nicht wahr sein, dass dann einfach alle bis zum zweiten überrundet Jetzt im dritten Man ranft man auch mit dem Arsch, ob ich dann nicht zu verlieren Dann bitte nicht überrunden, okay? Ich hab' minus ein Rund, aber ich glaub' ich wird es nicht schafft Ja, nee, weil ich nicht mehr immer versuchen, nochmal eine Rundenummer zu fahren Also, ich hab' hier versucht meine persönliche, deswegen Alter, ich hab' immer im Podium, das reicht mir, fürs Erste Dann müssen wir fix ausmachen, wann der nächste Termin ist, ne? Rückstand von 15 Sekunden auf das nächste Auto Stun Stun Neu Daniel, du fährst ein Ziel Ja, jetzt hab' der lang gerade Es ist gerade Ich bin ja auch gleich ein Ziel Ich würd's auch einen Glückwunsch, ne? Ey, Leute, ich muss mir nicht sagen, ich hab' direkt weg hier, weil wir essen halt oben schon Ja, wann, dann sag' bitte, wann du kannst Alter, das ist Dann war' nächste Woche, ne? Ich kann eigentlich immer Abend, eigentlich immer Also, ich esse halt 19.20 Uhr, dann esse ich halt immer so Ja, 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 alles gut Michal ist schon ich Dank, ne? Ich hab' sofort Ahnung, Ne? cotton ist vor ich hab' neun quedar LEY ist Frau Loffs Aco ka Bo ich hab's YouTube Ich hab's ich bin in einer fucking Aufnahme warum geht er jetzt? ja toll dann weiß ich nicht wieviel Strafen er hat und so weiter ja trotzdem Platz der Welle gibt's vielleicht trotzdem der 17er ok ohne Scheiß ich hab nur 30 Sekunden für die Platzierung gegen Cent behalten ja weil ich eine Box war immer noch du stehst du was? ok dann brauchen wir nicht, wir machen nicht geschössiger halt ich bin zweit Roswell wurde immer alles klar und äh hier äh ach äh ok die Ding die Ding wurde Gott sei Dank noch gespeichert ok Perfekt Blockmaster und der Ausbruchverlager zwischen mir und Jonas hat mir das Rennen bekommen warum hau dies erlaubt das ist ganz schönes ja ach nee ja so sieht man sich also sauer war die meisten Punkte gemacht mit in der nächsten Woche wieder bis dann ciao so so